Ein kurzer Einwurf zum belasteten RC-Tiefpass. Wir haben das Ding schon kennengelernt. RC und so weit ist das Ding unbelastet. Das einzige Problem ist jetzt hier natürlich, wenn man jetzt hier die Spannung UA abnimmt, dann kann man eigentlich nichts damit machen, denn die muss ja irgendeine Wirkung verrichten und damit sie das kann, dann braucht sie einen reellwertigen Widerstand hier, den ich hier mal RL nenne. So, der zerstört natürlich die ganze Überlegung und den ganzen Spannungsteiler, den wir da aufgebaut haben für den unbelasteten und deswegen müssen wir da ein bisschen was tun. Nun, wie setzen wir das an? Ich würde einfach erst einmal die Plätze von C und RL tauschen. R, RL, C und hier haben wir wieder UA. So, und jetzt fasse ich das ganze Ding hier zusammen zu einer Ersatzspannungsquelle, so, U. Ja, und wie groß ist halt ULL und wie groß sind diese Werte jetzt mit den Sätzen der Ersatzspannungsquelle kann man das natürlich rauskriegen, wenn wir die hier erstmal wegmachen, uns wegdenken und den Widerstand messen, dann ist das hier die Parallelschaltung, also R mal RL durch R plus RL und das hier ist die Leerlaufspannung, also einfach nur das, was im völlig unbelasteten Fall, ohne dass C hier abfallen würde, also U mal RL durch die Summe der beiden. So, und das ist es auch schon. Was wir jetzt daraus natürlich bekommen, ist, dass das maximale U nicht mehr gleich dem U ist, sondern das ist gleich dem ULL, das wir jetzt hier hatten und das ist natürlich das leicht geteilte U, an dem Spannungsteiler hier, da hatten wir. Okay, was haben wir noch weiter für die Grenzfrequenz? Nun, für die Grenzfrequenz kriegen wir natürlich raus, dass das hier über das Omega B gerechnet werden muss, nämlich da setzen wir für 1 durch RC dann eben die Parallelschaltung von dem Ding ein, also R mal RL durch R plus RL mal C und das können wir noch ein bisschen schöner schreiben, R plus RL durch RL mal C und das FG ist natürlich gleich 1 durch 2 Pi Omega G. Also alles bleibt beim Alten, das Einzige ist nur, hier geht die Parallelschaltung rein. Das markieren wir noch mal gerade. Da, das ist diese Parallelschaltung, der taucht dann hier auf. So, das ist alles, was passiert ist und jetzt kann man den genauso rechnen, genauso betrachten wie den, unbelasteten und belasteten Tiefpass. Ich mal ein kleines Zeigerdiagramm hin. So, was haben wir? den Realteil von U, J, Imaginärteil von U. Okay, was haben wir dann noch? Dann haben wir hier das gesamte U, ich meine jetzt wirklich das hier, das kann ich auch als kompletten Vektor hier hinschreiben. So, und irgendwann finden wir hier das U Max, das ist nämlich da, also ein bisschen kleiner, hoffentlich nur ein bisschen kleiner, weil das RL nämlich hochohmig ist. Na und dann wissen wir noch weiterhin, dass jetzt die Spannungen hier auf seinem Thaleskreis liegen müssen. Na, ich mach's mal lieber richtig. Da kommt hier etwa hin. Hoffentlich den Rest nicht konstruieren werde. So, und dann sind wir hier in 45 Grad Punkt hier und können das hier angeben, als die Linie FG passiert. Hier hätten wir nämlich den Punkt F gleich 0. In dieser Fall hier finden wir entsprechend U R und zwar das originale R hier. Ja, was wäre bei dem belasteten Hochpass? Belasteter Hochpass, nun da wäre die Last RL parallel zu R, würde also hier hin kommen, ja, R, RL, C, U und daraus folgt Rechnung genau wie oben. Ja. 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 ritt